USA Ich hab dich gesehen in Fernsehen Die muss USA Firma kaufen Du musst auf jeden Fall das Klipmobil nehmen Ab Bahnhof, Richtung Pennymark Ja Klipmobil A L I C T Und dann Minus Mobil Sag dem Taxifahrer einfach Klipmobil Und dann fährt er dich dahin Richtung Pennymark Da ist es sehr feucht drin Wie geschirrt läuft das Junge Leute, Junge Leute Moment mal Im Krefeld 3 Ja, 3 Klinienmark Ja Aber du musst ab Krefeld Hauptbahnhof Ne Klipmobil nehmen Richtung Hamburg Pennymark Kommt auch dahin Du kannst auch noch Pfand abgeben Schöne Klipmobil Ey, wenn wir noch mal anfangen Alter, oh mein Gott Mit dieses eine Klipkiss raus Mit dieses eine Klipkiss raus Ich hab echt den Pulli falsch um angezogen Hamburg Warst du schon mal in Hamburg? Ne, ich war nicht klar Wo ist das Klipmobil? Ne, ich war nicht klar Nimm das Klipmobil, das fährt sich direkt hin Kennst du einen Ferdinand Bener? In Berlin Moment, 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 Moment Kennst du einen Ferdinand Bener? Ferdinand Bener Sag mir den Namen Bruder B A Umlaut B A Umlaut Bener Kennt du den? Bener Bener Buna Oder Bellnau Oder Bellnau Ferdinand Ne, ich weiß nicht Nicht Bellnau Ferdinand Bellnau, kennst du nicht? Das ist nämlich so ein kleiner Säufer Der ist ein bisschen homosexuell Ich weiß nicht Kennst du nicht? Also er trinkt zu viel, sein Freund trinkt zu viel Die trinken beide Fängst du Narumol? Ist fick und fertig Was ist das? Narumol ist fick und fertig Ja? Narumol fährt auch mit Klipmobil Ist die Fahrerin Nach Thailand Ich hab... Ich hab... Im Wohnen Was machst du? Arbeiten Hier Hier Schau dir stein Ja Wie lange arbeitest du nicht mehr? Vier... 4 Jahre Arbeiten ist aber gleich laufen, oder? Arbeiten ist aber gleich laufen, oder? Im Dach Im Dach Kleine, äh... Schornstein Kleine 3 Liter Flasche Ja, ja Überall schön reingenommen Moment, ne? Ja, kleine Pfosten Wie heißt du eigentlich? Wie heißt du eigentlich? Hm? Dein Name ist wie? Wie ist der? Mein Name ist Alex 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 Ferdinand Ferdinand Das ist Bellnau Und... Bena Und der heißt... Weil Ben... Jetzt sind alle zu früher Da heißt ich mit Nachnam Meister Servo Wir müssen Zwei Ferdinand Ja Ja, wir haben den 17.04.2010 Bena Auf dem Weg ins Zapp Das ist der Ferdinand Macht's gut, Leute